Am 4. Juni wurden die Ergebnisse der größten demokratischen Wahl der Geschichte bekannt gegeben. Die Rede ist von den Parlamentswahlen in Indien, bei denen 960 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen wurden. Die Ergebnisse waren überraschend. Narendra Modi gewann die Wahl erneut, allerdings mit weitaus weniger Rückhalt als bei den Wahlen 2019. Für Modi war die Wirtschaft eines der Hauptthemen seiner Wahlkampagne. Und das ist kein Wunder. Indien wächst wie verrückt, mit einer durchschnittlichen Rate von 6%. Während seiner Amtszeit wurden wichtige Freihandelsabkommen geschlossen und, was für eine Wahl noch wichtiger ist, es wurden wesentliche Meilensteine erreicht, wie die Versorgung von 100% der Haushalte mit Strom. Allerdings scheint die indische Bevölkerung ziemlich enttäuscht zu sein. Die Wahlergebnisse sind bekannt. Und was noch schlimmer ist, selbst Modi scheint zu wissen, dass die wirtschaftliche Goldgrube eine Kuh ist, die er nicht mehr melken kann. Seine Rhetorik konzentriert sich nun fast zu 100% auf den Hindu-Nationalismus und seine Ablehnung der muslimischen Bevölkerung. Es stellt sich die Frage, ob die Inder wirklich Grund haben, nicht optimistisch in Bezug auf ihre Wirtschaft zu sein. Die Antwort lautet leider ja. Seit Indien in den 90er Jahren seine Wirtschaft liberalisiert und sich im Stil Chinas der Wirtschaft geöffnet hat, verzeichnet das Land ein beneidenswertes Wachstum. Während China jedoch Wachstumsraten von über 10% pro Jahr verzeichnet, hinkt Indien etwas hinterher. Und wenn wir es mit Ländern wie Taiwan, Südkorea oder Japan vergleichen, dann ist Indiens Wachstum nicht mehr so bewundernswert. Und aufgepasst! Beim Wirtschaftswachstum zählt jede Dezimalstelle. Um euch eine Vorstellung zu geben. Der Unterschied in der durchschnittlichen Wachstumsrate zwischen den USA und Argentinien beträgt seit 1945 nur einen halben Prozentpunkt. Nur ein halber Punkt. Und heute sind die USA dreimal reicher. Kein Witz. Und als ob das noch nicht genug wäre, gehen viele davon aus, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis die indische Wirtschaft an Fahrt verliert. Natürlich sprechen wir hier nicht von einer Katastrophe. Indien wird weiterhin die am schnellsten wachsende große Volkswirtschaft der Welt sein. Doch was soll man dazu sagen? Da die Hälfte der Bevölkerung immer noch weniger als 3,65 Dollar am Tag verdient, ist es nicht ungewöhnlich, dass viele Inder nicht allzu glücklich sind. Deshalb haben wir uns bei Visual Economic einige Fragen gestellt. Warum ist Indien immer noch keine Großmacht? Warum konnte das Wirtschaftswachstum nicht mit dem von China oder Südkorea mithalten? Nun, finden wir es heraus. Manche sagen, in China funktioniere alles dank der Regierung. In Indien funktioniere dagegen alles trotz der Regierung. Natürlich ist das übertrieben, aber es ist ein Körnchen Wahrheit dran. In Indien macht der Staat alles, außer zu helfen. Jetzt denken sicher viele von euch, dass Indien einen riesigen Staat mit vielen staatlichen Unternehmen hat, die sehr ineffizient sind und nur überleben, indem sie den Privatsektor parasitieren, oder? Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Wenn der indische Staat das Wirtschaftswachstum bremst, dann genau deshalb, weil er klein, hochgradig korrupt und völlig unfähig ist, seine grundlegendsten Aufgaben zu erfüllen. Und natürlich macht er nicht nur seine Arbeit nicht gut, sondern lässt auch andere ihre Arbeit nicht machen. Aber gehen wir die Dinge Schritt für Schritt an. In China kommen auf 1000 Einwohner 57 öffentliche Angestellte. In den USA sind es 77, in Norwegen 157 und in Indien, wie viele glaubt ihr, hat Indien? Nur 16. In Indien herrscht ein Mangel an Beamten. Aber nicht die Art von Staatsbedienstete, die nur von 9 bis 13 Uhr zur Verfügung stehen, die Kaffeepause nicht mit eingerechnet, und die euch nach Hause schicken, weil ihr ein Formular ausfüllen müsst, von dem ihr noch nicht einmal wusstet, dass es existiert. Wir sprechen von Richtern, Polizisten und Beamten. Die wesentlichen Arbeitskräfte, damit ein Land funktioniert und über eine Infrastruktur, Sicherheit und rechtliche Garantien verfügt. Tatsache ist, dass der Ursprung dieses Problems in den Wurzeln der indischen Gesellschaft selbst liegt, der ethnischen und föderalen Spaltung. Indien ist ein enorm multikulturelles Land. In seiner Verfassung werden beispielsweise 22 offizielle Sprachen anerkannt. Und um ein so riesiges und vielfältiges Gebiet zu verwalten, gab es keine andere Lösung, als ein stark dezentralisiertes föderales Modell zu wählen. Das Problem? Auf dem Papier ist Indien ein Bundesstaat. In der Praxis gibt es jedoch Bereiche, in denen alles so zentralisiert ist, dass alles von der Zentralregierung abhängt. Zum Beispiel werden 97 Prozent aller Steuerausgaben von oben entschieden. Außerdem arbeiten 85 Prozent der öffentlichen Angestellten in der Staats- oder Bundesregierung, während diese Zahl in China oder den USA bei 40 Prozent liegt. Kurz gesagt, Indien ist zwar ein sehr fragmentierter und vielfältiger Staat, aber auch ein sehr, sehr zentralistischer Staat. Geldangelegenheiten werden von oben entschieden. Und seht ihr, wo das Problem liegt? Es ist sehr schwierig, so viele verschiedene Menschen zusammenzubringen. Um öffentliche Güter effizient zu verwalten, muss eine Art Vertrauen zwischen allen Geschichten geschaffen werden. Zu wissen, dass es möglich ist, dass ich heute Geld bezahle und ihr davon profitiert, ihr aber morgen an der Reihe seid zu zahlen und nicht betrügt. Bei so viel Vielfalt und der historischen Last des Kastensystems ist dies jedoch sehr kompliziert. Darüber hinaus ist ein so schwacher Staat, der von der lokalen Gemeinschaft weit entfernt ist, ein gefundenes Fressen für Korruption. Indische Politiker sind Opfer von Korruptionszyklen geworden, in denen Unternehmen Führungskräfte bestechen, um im Gegenzug Gefälligkeiten zu erhalten. Diese verwenden das Geld dann zur Finanzierung teurer Wahlkampagnen, die im Grunde eine Bestechung der Wähler darstellen. Und glaubt nicht, dass diese Korruption in geheimen Pakten zwischen Politikern und Großunternehmen endet. Korruption hat alle Schichten der Gesellschaft durchdrungen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Verkehrspolizist euch anhält und fragt, ob ihr ihm etwas Geld für einen Kaffee geben könnt, was eher eine Drohung als eine Bitte ist. Selbst unter normalen Bürgern sind schätzungsweise 30% der Führerscheine gefälscht. Mit anderen Worten, die Probleme der indischen Regierung sind zu kulturellen Problemen der gesamten Bevölkerung geworden. Allerdings enden die kulturellen Probleme nicht hier. Das Kassensystem, obwohl formal abgeschafft, ist immer noch sehr präsent. Aber es gibt noch ein weiteres großes Problem. Das Machotum. Frauen machen 48% der Bevölkerung aus, tragen aber nur 17% zum gesamten BIP bei, im Vergleich zu 40% in Ländern wie China. Tatsächlich sind 30% der indischen Jugendlichen NEETS. Das heißt, sie gehen weder zur Schule noch arbeiten sie. Wenn wir jedoch alle jungen Menschen nach Geschlecht aufteilen, machen NEETS nur 11% der Männer aus, im Vergleich zu 40% der Frauen. Unterm Strich trägt die Hälfte der Bevölkerung, die Frauen, kaum zum BIP bei. Was zum Teil erklärt, warum das bevölkerungsreichste Land der Welt ein so niedriges BIP hat. Es stellt sich also die Frage, warum arbeiten Frauen nicht? Zunächst einmal gibt es starre Geschlechterrollen, die Frauen nicht nur daran hindern zu arbeiten, sondern in vielen Fällen sogar daran, das Haus zu verlassen. Sie erhalten nicht die gleiche Ausbildung wie Männer und leiden sogar unter Lohndiskriminierung, die es für sie unrentabel macht, zur Arbeit zu gehen. Aber selbst wenn sie es versuchen würden, würde es ihnen nicht viel nützen. Indien hat ein großes Problem auf dem Arbeitsmarkt. Die steigende Arbeitslosigkeit von 7% mag nicht viel erscheinen, ist aber für ein so armes Land eine enorme Belastung. Unternehmen sind absolut nicht in der Lage zu wachsen. Tatsächlich liegt die durchschnittliche Größe bei nur zwei Mitarbeitern. Und so müssen 80% der Inder ihren Lebensunterhalt so gut es geht verdienen, indem sie sich selbstständig machen oder schwarz arbeiten. Und das erklärt, warum Arbeitsprobleme einer der Hauptgründe dafür sind, dass junge Menschen das Vertrauen in Modi verloren haben. Da fragt man sich doch, studieren junge Menschen nicht oder wollen sie nicht arbeiten? Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Das eigentliche Problem ist, dass die Hälfte der Universitätsabsolventen keine Arbeitsmöglichkeiten hat. Und nein, es ist nicht so, dass plötzlich alle beschlossen haben, Geschichte der Philosophie zu studieren. Eher, dass die Lehrpläne vieler technischer Studiengänge völlig veraltet sind. Und selbst wenn sie einen guten Lehrplan haben, kommt es durchaus vor, dass der Professor nie zum Unterricht erscheint. Laut einer Studie liegt die Abwesenheitsrate von Lehrern an öffentlichen Schulen zwischen 20 und 40%. Warum ist das so? Tatsächlich ist Indien eines der wenigen Länder der Welt, das seine Lehrer besser bezahlt als andere Arbeitnehmer. Der Grund dafür ist, was wir bereits gesagt haben. Der Staat ist nicht in der Lage, seine eigenen Beamten zu kontrollieren, die von der lokalen Gemeinschaft losgelöst und anfällig für Korruption sind. Wenn man das weiß, ist es nicht schwer zu glauben, dass 50% der indischen Jugendlichen in städtischen Gebieten und ein etwas geringerer Prozentsatz in ländlichen Gebieten Privatschulen besuchen. Mehreren Studien zufolge bieten diese Schulen eine etwas bessere Bildung zu viel geringeren Kosten. Um euch eine Vorstellung zu geben. Nur 40% der elfjährigen Kinder in indischen öffentlichen Schulen können in ihrer Muttersprache lesen und nur 20% sind in der Lage, einfache Divisionen mit dreistelligen Zahlen durchzuführen. Aber es geht noch weiter. Viele öffentliche Schulen weigern sich schlichtweg, ihren Schülern Englisch beizubringen. Und warum ist das so? Nun, weil das britische Empire Indien kolonisiert hat und die Politiker so verärgert sind, dass sie Englisch verbieten. In Privatschulen ist es inzwischen das wichtigste Fach. Und jetzt frage ich euch. Wie, glaubt ihr, hat die indische Regierung darauf reagiert, dass Privatschulen den öffentlichen Schulen den Rang ablaufen? Nun, auf den ersten Blick nicht sehr gut. Sie hat sich der Verabschiedung drakonischer Vorschriften verschrieben, die die Schulen praktisch zur Schließung zwingen. Jede Schule, die diese lange Liste nicht erfüllt, verliert ihre Anerkennung und muss möglicherweise schließen. Diese Vorschriften benachteiligen Low-Budget-Privatschulen. So kann es passieren, dass eine städtische Privatschule, die keinen eingezäunten Spielplatz hat, schließen muss, selbst wenn die Eltern diese Schule einer kostenlosen öffentlichen Schule vorgezogen haben. Wollten die Politiker mit diesen Vorschriften wirklich private Einrichtungen schließen? Wahrscheinlich nicht. Lasst mich das erklären. Wir haben euch bereits gesagt, dass der indische Staat klein, korrupt und sehr ineffizient ist. Wenn die Regierung nicht einmal die Führerscheine kontrollieren kann oder überwachen kann, ob ihre Mitarbeiter zur Arbeit gehen, wäre es doch normal, dass sie sich auf die Lösung dieser Probleme konzentriert, oder? Nun, die indische Regierung denkt nicht so. Die Regierung reguliert und reguliert viel. Aber das Schlimme ist nicht nur, dass es viele Gesetze gibt, obwohl es keine Polizei oder Richter gibt, die sie korrekt durchsetzen, sondern dass es einem Land, das immer noch sehr verarmt ist, Vorschriften auferlegt, die typisch für ein reiches Land sind. Wollt ihr noch ein Beispiel? Mutterschaftsurlaub. Nach dem neuesten Gesetz müssen Unternehmen mit mehr als 10 Beschäftigten einen bezahlten Mutterschaftsurlaub von 26 Wochen gewähren. Weltweit sind nur Kanada und Norwegen, die fast zehnmal reicher sind als Indien, so großzügig mit einem solchen Urlaub. Und warum passiert das? Für einige Ökonomen ist die Antwort auf diese Frage der Schlüssel zum Scheitern Indiens. Die Eliten sind völlig losgelöst vom Volk. Wenn wir an Indien denken, denken viele von uns an hochintelligente Computeringenieure und CEOs großer Unternehmen wie Google, Microsoft und sogar Onlyfans. All diese Menschen sind, ebenso wie die meisten einflussreichen Politiker des Landes, in sehr wohlhabenden Stadtvierteln aufgewachsen, die in Wirklichkeit denen in jedem westlichen Land gleichen. Sie sprechen perfekt Englisch und haben höhere Abschlüsse. Und tatsächlich sprechen einige dieser Inder nur Englisch. Ihre Hauptinformationsquelle ist nicht eine indische Zeitung, sondern das Wall Street Journal und die New York Times. Berichte und Gesetzesentwürfe werden auf Englisch verfasst. Und sie verbringen mehr Zeit damit, mit ausländischen Unternehmern zu sprechen, als mit anderen Indern außerhalb ihrer Blase. Tatsache ist, dass die Eliten angesichts der immensen Sprachbarriere, des Schreckgespenstes des Kastensystems und des Fehlens einer homogenen Wählergruppe so regieren wollen, als wäre ihr Land die USA. Und damit sagen wir nicht, dass es eine schlechte Idee ist, Ideen und Institutionen aus anderen, wohlhabenderen Ländern zu importieren. Aber ihr müsst Kriterien haben und wissen, welche anwendbar sind und welche nicht. Der deutlichste Fall ist das indische Justizsystem. Als ehemalige britische Kolonie wird Indien nach dem Common Law regiert. Es ist ein fantastisches Gesetz und wir wissen, dass es einer der Faktoren war, die es dem Vereinigten Königreich ermöglichten, die erste industrielle Revolution zu erleben. Es handelt sich jedoch auch um ein sehr umfangreiches und komplexes Recht und die indischen Gerichte sind nicht in der Lage, es durchzusetzen. Was ihr hier auf dem Bildschirm seht, ist ein Wohnblock, der auseinanderfällt. Sein Besitzer verdient nicht genug Geld, um ihn zu reparieren, weil seine Mieter spezielle Mieten aus den 50er Jahren haben, die viel niedriger sind als der Marktpreis. Nun, dieser Vermieter ist seit 50 Jahren in ein von seinem Großvater eingeleitetes Gerichtsverfahren verwickelt, um zu klären, ob er diese Mieter räumen lassen kann. Und glaubt nicht, dass es sich hier um einen Einzelfall handelt. Städte wie Mumbai haben eine Immobilienkrise, die durchaus mit der in London oder Madrid vergleichbar ist. Tatsächlich werden so wenige Wohnungen gebaut, dass jeder Mensch im Durchschnitt nur 4,5 Quadratmeter zur Verfügung hat. In vielen Gebieten sind die Mieten seit Jahrzehnten eingefroren, sodass Fälle, wie der eben erwähnte, sehr häufig sind. In anderen sind die Preise geradezu unerschwinglich. Und wenig überraschend, wenn ihr neue Wohnungen bauen wollt, müssen diese mit Photovoltaik ausgestattet sein, aus umweltfreundlichen Materialien bestehen und über eine eigene Wasseraufbereitungsanlage verfügen. Schließlich sind dies die Vorschriften, die wir in den führenden Städten der Welt wie San Francisco sehen und die die politischen Eliten umzusetzen versuchen. Um euch eine Vorstellung zu geben. Schätzungen zufolge könnten durch die Aufhebung der restriktivsten Vorschriften die Preise um 35% gesenkt und das Angebot um 75% erhöht werden, ohne dass wirklich wichtige Dinge wie die Sicherheit der Infrastruktur beeinträchtigt werden. Dies wäre nicht nur wegen der Einsparungen von Vorteil, sondern würde auch der Landbevölkerung ermöglichen, in die großen Städte zu ziehen, in denen sich die Fabriken und Großunternehmen befinden. Genau dies geschah in China, wo die Regierung selbst mit enormen Subventionen den Bau von städtischem Wohnraum vorantrieb. Allerdings leben in Indien immer noch weniger als 40% der Bevölkerung in Städten und 20% dieser Stadtbevölkerung leben in Slums, die im Grunde genommen Elendsviertel sind. Wie dem auch sei, das Problem der Anwendung von systemreicher Länder betrifft nicht nur die Gesetze. Denn lasst mich euch fragen, kennt ihr irgendwelche indischen Unternehmen? Da sind große Unternehmen im Dienstleistungssektor, insbesondere im technologischen Bereich. Wir sprechen von großen Beratungsfirmen und Unternehmen aus der Finanzwelt. Es gibt auch Tata Motors, ein großes Automobilunternehmen, zu dem Marken wie Jaguar gehören. Und Suzuki hat auch eine große indische Tochtergesellschaft. Aber abgesehen von einigen Mode- und Kosmetikmarken wie Lakme fallen einem nicht viele Beispiele ein. Und der Grund dafür könnte sein, dass Indien eine sehr stark auf den Dienstleistungssektor ausgerichtete Wirtschaft hat. In einem so armen Land würde man erwarten, dass sie in die Fertigung mit geringer Wertschöpfung einsteigen, die viel einfacher zu meistern ist. Und in der es einfacher ist, Erfahrungen zu sammeln, um eine eigene Industrie aufzubauen, wie es Südkorea getan hat und wie es China gerade tut. Im Gegensatz dazu macht die Fertigung nur 15 Prozent des indischen BIP aus. Es scheint, als hätte Indien auch hier Schritte auf der Entwicklungsleiter übersprungen und sich direkt für ein Modell entschieden, das viel typischer für ein reiches Land ist. Es ist möglich, dass ein Teil des Problems das ist, was wir zuvor gesehen haben. Nämlich der Mangel an städtischer Bevölkerung, die in Fabriken arbeiten kann. Natürlich müssen nicht alle Länder den gleichen Weg der wirtschaftlichen Entwicklung einschlagen. Aber Indiens Wagnis mit diesem Modell ist zweifellos ziemlich riskant. Vor allem, wenn man bedenkt, dass andere Länder gerade durch den Fertigungssektor reich geworden sind. Aber jetzt, nachdem wir so weit gekommen sind, seid ihr an der Reihe. Können wir von einem indischen Wirtschaftswunder sprechen? Was ist eurer Meinung nach das Haupthindernis für eine weitere Steigerung des Wirtschaftswachstums dieses Landes? Wie wird das Land von der neuen globalen Geopolitik und den aus China fliehenden Investitionen profitieren? Ihr könnt mir eure Antworten in den Kommentaren hinterlassen. Und wie immer, vergesst nicht, dass wir hier auf Visual Economic jede Woche neue Videos veröffentlichen. Abonniert also diesen Kanal und klickt auf das Glöckchen, damit ihr keines unserer Updates verpasst. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Gefällt mir, alles Gute und bis zum nächsten Mal.